München soll eine Stadt für alle bleiben, die sich nicht nur reiche Menschen leisten können. Deshalb investieren wir so viel Geld wie nie zuvor in bezahlbare Wohnungen. Allein bis 2028 stehen 2 Milliarden Euro bereit, um geförderten Wohnungsbau zukunftssicher zu machen und auf diese Weise dauerhaft bezahlbare Wohnungen für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen in unserer Stadt zu garantieren.